Ich besuche jedes Bundesliga-Stadion und bewerte das Essen, das Bier und ein bisschen auch die Stimmung. Heute ist dran, Kölle. Drei Reibenkuchen mit Apfelmus. Dankeschön. Sehr lecker. Richtig geil, frisch. Einer der besten Riefkuchen, die ich jemals gegessen habe. Kein Spaß. Also wir haben hier einmal eine Stadionwurst. Ist lecker, das ist mir persönlich zu viel Wurst. Das ist schießen. Sechs von zehn, acht von zehn, nackig, Brötchen gut, machst du nix falsch. Danke, Köln. Kann man mit arbeiten, ganz ehrlich. Sieben von zehn. Für mich ein Döner. Dankeschön. Ah ja. Man schmeckt halt extrem die Gurke raus. Das ist das Einzige, was man rausschmeckt. Eine Fünf von Zehn. Und wir haben eine Flitzerfreunde. Und somit ist der FC Köln auf der Bundesliga-Stadions-Essenstour. Der neue Spitzenreiter ist somit auf der Eins, Dortmund auf der Zwei und Leverkusen auf der Drei. Herzlichen Glückwunsch.